Boah, ich bin... Ich mach mich grad fertig. Gute Nacht, Carsten. Schlaf schön. Immer Kassel in die Kappe mit der Kamera zuschauen möchte. Alle raus, Ekel. Ach, Gökken, so schlimm bist du doch gar nicht. So, komm. So, hier. So. Zieh mal das wieder. Mach mir das richtig? Ich hab keine Ahnung. Nein! Totes Fleisch kann Ablenken wirken. Oh. Was für ne gute Idee. Ich fieber voll mit... Ja, frag mal. Voll. Totes Fleisch. Kann ich das nehmen? Oh. Oh. Oh oh, da hält man dran. Wie war's mit der Fährte für das Scheiß? Wir müssen dann nochmal hin, oder? Wir müssen nochmal irgendwo... ...wat finden. So, nimm mal die Küssel hier. Ach nee, das schaff ich doch gar nicht. Er ist so schnell wieder da. Ich bin ehrlich gesagt jetzt auch voll unterstrumpen. Oh nein! Jetzt komme ich doch nicht hoch! Oh je, oh je, oh je! Wie geht's sonst? Kaum beim Bewusstsein! Scheide! Jetzt werden wir wieder sterben. Ich denke zum Beispiel fast gar nicht. Ach so. Endlich! Chris, hi! Okay, im Klapp am Boden steht Gurke. So. So. Nein, ich nicht wegtreiben! So. So. Dann da ist ... Und hier sind ... So. 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 Kommt der nochmal? Ist da irgendwas, was ich nehmen kann? Nein. Komm, geh wieder her. Komm, geh wieder her. Oh, was ist das? Hohle Nadel? Was bin ich denn mit der hohlen Nadel? Weiß ich nicht. Hey, was sind wir da stehen? Geh da rüber. Da rum, oh mein dumm. Pfirsiche sind süß und haben ein Fell. Nur ist er drin, Tür zu. Schede. Ja, natürlich. Ach, Derek, du bist so schlau. Das wäre natürlich schön als acht Wesen, gell? So. Komm, hüpfen, hüpfen, hüpfen. Aber warum kann ich denn nicht... Ah. Ist mit einem einfachen Schloss verriegelt. Willst du mich denn jetzt ein bisschen... und das heißt... Wie komm ich da denn dann... Ich werde gleich... Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Jetzt hab ich nichts mehr zu nerfen, gell? Das ist die Scheiße. Nein! Oh, ich geh zu! Der macht das kaputt! Hol den Nadel! Oh mein Gott, ist er hol den Nadel? Hä? Oh nein! Ja, das wollte ich grad machen. Chris, ich hab Felsich ausgewählt, weil es einfach so mal... Es kam einfach mal so. Ähm, doch im blöden Zufall eigentlich. Da hab ich dann, äh... Ja, ich hab mal... Also ein Freund, der hat mal was aufgenommen. Und, ähm... Ich hab mit dem auch zusammen was verkannt. Ähm, Trommel, da hab ich schon... Multiplayer gespielt. Und da hab ich halt ne Pfirsich neben mir gestanden. Und manchmal werfe ich halt einfach so was in den Raum, was überhaupt gar keinen Sinn hat und total unlogisch ist. Und keinen Zusammenhang hat und alles. Und das war halt eigentlich, ähm... Ja, da auch zum Beispiel der Fall. Und da hab ich, ähm... Hat er aufgenommen. Hat Probeaufnahme gemacht. Weil er hat auch einen YouTube-Kanal. Oder hat er einen YouTube-Kanal? Und dann... Praktiziert's aber, glaub ich, nicht mehr. Warum gehst du nicht rüber? Und, ähm... Was soll ich denn des Pläts machen? Kommt der gar nicht mehr? Das kann ich auch gar nicht... Äh, was soll ich mal sagen? Und, ähm... Ja. Und dann... Hab ich das halt doch mal probiert. Und dann waren wir halt so die Frage, wie nenne ich mich? Und so... Und dann sind wir halt irgendwie auf, äh... Und dann, ähm... Und dann, ähm... Habe ich mich überlegt... Habe ich immer überlegt... Okay, wen nenne ich mich? Und so... Und dann sind wir halt irgendwie auf, äh... Äh... War das eigentlich schon eine relativ flussige... Situation. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt, äh... Pfirsich, Peaches und so. Bin ich zu meinem Namen gekommen. Aber es hat nichts mit dem zu tun, dass, ähm... Mit dem behaart sein. Oh nein! Mach weg! Hier! Aus! Okay, aber ich kann nirgends noch draufgekommen. Deshalb, ich denke jetzt. Oder? Nein, das ist jetzt nicht mehr. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Wo mein Fell ist, hier ist mein Fell. Siehst du? Ich hab mich nicht mehr. Yo, ich hab schon wieder einen Ceram. Ne, eigentlich hab ich noch einen... Jetzt hab ich mich jetzt echt fertig gemacht. Puh. Nein, eigentlich hab ich einen ganz weichen Kern, würde ich jetzt mal so behaupten. Da liegt jemand. Küppi. Oh nee, das ist einfach nur... Hä? Kann ich gar nicht nehmen. Was soll ich denn da machen? Kann nicht verwendet werden. Okay. Was? Das ist abgebrauchen. Die muss hier bestimmt irgendwie da hoch, aber die kann ich nicht hochheben. Eine ganz getötete Warte, du willst sie rausziehen. Sorry. Sorry. Ich weiß. Ich will einfach nur entspannen. Ich will einfach nur entspannen. Du hast einen Ascending Room. Will es uns zum Inner Sanctum bringen? Es wird definitiv beherentwickeln, die vertikalischen Parten unserer Reise. Also, hast du schon einen Elevator geschrieben? Ja, das Kolosseum in Regent's Park. Es führt dich zu der Galerie, wo du den Panorama sehen kannst. Gut. Diese Rheide könnte ein bisschen länger sein. Und in die andere Richtung. Allerdings will ich da jetzt noch gar nicht reingehen, sondern dann schaue ich erst mal da hoch, oder? Links und rechts. Das macht Spaß. Das bringt Glück. Das ist auf alle Fälle eine sehr angenehme und beruhigende Art. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. Auch wenn mein Herzzeug gerade besser pumpert. Und ich in einem Teil, wo ich mit den Nerven besser zu Fuß bin. Ganz ehrlich, schon besser. Aber jetzt machen wir eh nicht mal an. Na dann... Pichi, warum nimmst du dir eigentlich nie gescheite Taschenlampen mit, wenn du irgendwo einbrichst oder verschleppt wirst? Du meinst jetzt im Spiel? Weil, ähm... Weißt du was die Batterien wahrscheinlich noch nicht gegeben hat? Deswegen. Ich weiss nicht. Guck an. Na, eigentlich hätte ich voll Bock noch verlangen weiter zu spielen. Aber ich muss leider... Ha, 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 ha. Zanderwüchse. Ich muss leider ja morgen arbeiten. Weshalb, ähm... Das Film auch gleich zu Ende ist. Eigentlich dann. Gleich dann bald. Aber wir machen am Mittwoch weiter. Mittwoch geht das Film auf jeden Fall weiter. Morgen ganz spontan. Aber wahrscheinlich erst am Mittwoch. In Old Fresh. Guck an. Da liegt doch... An meinen treuesten Schülernfreund. Johann Bayer. Kann ich das alles auf... Hehehe, in Deutsch. Das ist ja doch mal geil.